Für Johnny Depp, 59, geht es wieder bergauf. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Fluch der Karibik-Star wieder frisch verliebt ist. Während seines Prozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard, 36, soll es zwischen dem Schauspieler und der Anwältin Joelle Rich gefunkt haben. Die Beziehung der beiden scheint sich offenbar positiv auf den zweifachen Vater auszuwirken. Wie ein Insider jetzt ausplauderte, sei Johnny seit dem Prozessende nun wieder glücklich. Gegenüber People verrät der Informant, dass der 59-Jährige derzeit sehr viel besser gelaunt sei. Es geht ihm in letzter Zeit tatsächlich viel besser. Er kümmert sich besser um sich selbst, erzählte die Quelle. Seitdem Johnny die zweifache Mutter deed, mache er Ei. Tiere, Kamanda Geist, weiß ich dich. Vielen Dank.